Wie kannst du dein Leben vereinfachen? Vermutlich gibt es Unmengen an Literatur, die sich diesem Thema widmet. Die einen sprechen von Listen, die anderen von klaren Strukturen und wieder andere von fünfminütigen Spaßpausen dazwischen. Mag alles helfen, aber ich halte nicht viel davon. Dein Leben vereinfacht sich nur dann, wenn du bereit bist, alles Unnötige loszulassen. Wenn du dir eingestehst, dass es belastende Arbeiten, Situationen und Menschen gibt, die dich stressen und die du ohne einen wirklichen Verlust zu erfahren, seelenruhig gehen lassen kannst. Der Alltag wird leichter, wenn du nicht mehr dem Haben hinterher rennst, sondern dich auf dein Sein konzentrierst. Vereinfachung beginnt im Kopf und wenn du dem Bauchgefühl folgst. Fühlt sich etwas schwer an, dann lass es sein. Fühlt es sich leicht an, dann tu es. Folge ausschließlich deinem Bauch, ungeachtete Argumente dafür oder dagegen. Du glaubst mir nicht? Versuche es eine Woche lang. Jede Handlung, jede Entscheidung, selbst einkaufen. Nimm oder tu nur das, was sich leicht anfühlt. Grummel, der ist im Bauch, dann lass es einfach.